Das ist das Gute, was wir machen. What?! Also, bitte, bitte Chat. Was?! Das hab ich nicht mal in der Prime gemacht, was ich mit dem gemacht hab. Ich hab ihn gefickt. Wir brauchen euch. Wer ist das? Ey, ich bin immer noch der Allerbeste in diesem Spiel. Ihr habt beide Earnings. Ich will jetzt was sehen von euch. Ey, die rennen hier überall rum. Ihr habt ne Diegel. Hey Hendrik, danke. Ja, sag kurz Bescheid, wen ich dich zerstören soll. Komm, einen noch für den Hype-Training. Einen noch für den Hype-Training. Einen noch für den Hype-Training. Wir haben gesagt, wir machen so weit nicht. Okay, dann hol einfach 1000 Sub gibt's alle raus. Ich hab einen. Oh mein Gott, das Jagdgewehr. Das Jagdgewehr. Ist das geil, ja. Ja. Oh, ich werd Nates mitnehmen. Dann werd ich den Nate-Killer machen. Oh, jetzt ist mein Geld gut aus. Und ich hab auf die 140. Es war so eigentlich, ich muss einfach beim PC neu starten. Geil. Oh, ich bin grad so happy, ne? Ja. Und bist du auf der Performance-Modus? Nein, das ist der Performance-Modus. Einfach Automata. Ich hab den nicht an. Oh, danke für den vierten. Ich hab den nicht an. Ich hab ihn angemacht, deswegen musstet ihr so lange auf mich warten. Weil ich muss ja nochmal neu starten. Hier ist ein Bursch oder der Bock hat? Nein. Oh Mann. Hier ist ne blaue Tech. Oh, den würde ich haben. Für 375 Eisen gibt's hier ein Schub, Schub, Schub. Eisen, sagt er. Jetzt raste ich gleich richtig aus. Weiß, Digga. Was spielen wir hier? Warte mal ganz kurz. Kriegt man keinen Siphon? Los? Wie los bist du, Chef? Digga, ich hab Fortnite gespielt. Da hast du noch in die Hosen geschissen, Sebo. Junge, Alter. Ich hab Fortnite gefühlt, da warst du noch flüssig. Halt's im Maul. Ja, okay. Ich hab vergessen, dass du jetzt 40 bist. Das ist so weird, ne? Der baut einfach ein Kind, was zur Schule geht. Das macht gar keinen Sinn. Und der Strubel auch, aber er weiß es nicht. Ist das schon wieder hier alles krank? Hier vor mir, vor mir, vor mir, vor mir. Hier ne blaue AR. Cracked. Vor mir. Hab ihn. Rattle Royale getötet. Sind in der Bude drin, ja klar ist hier mehr los. Echt Looter einfach weiter, ihr macht das schon irgendwie. Hab ihn. So gesteilt, Digga. Ohl. Hier ist auch noch einer drin, ne? Da bin ich dumm. Nein, hier sind noch zwei Leute drin. Die verstecken sich hier in irgendeinem Raum. Hä? Hab ich hier nicht, Digga, drin gehört bei mir? Jaaaa, hier sind zwei Spieler drin. Die sind zwei Spieler drin. Aber nicht, bei mir war doch auch ein Step, du F***. Hier kann man runter ins Haus. Das ist das Haus, wo es runter geht, Leute. Oder? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Boah, sind die lost. Ja, der eine ist komplett weggebackt. Er ist tot. Ja. Hier, Gegga, hier neben uns. Nehmen uns, Gegga, ober. Also wenn du es ernst nimmst, ne? Du kannst vielleicht auch irgendwie einen 2 oder 3 an irgendein runter ballern, aber... Hey Leute, ich hab markiert, ich hab markiert. Mach's ruhig. Ja, wir haben sie doch schon gepötet. Das sind Bots, oder? Das sind keine echten Spieler, Bro. Niemals. Oh, hundertprozentig. Die jump hin, die jump hin. Da, 3, 4 Stück, Mann! Ich hab hier noch andere. Ab rein, ihr Fenster. Vor mir. Ab zwei. Super. Kack, Boons. Hä? Was sagst du jetzt? Das sind das für geisteskranke Bots? I'm feeling lonely. Wish I can hurt me. Okay, ich glaub, das wird jetzt mein Main-Character. Wer? Ja, die gerade. Wer gefragt hat. Wow, Sebo wurde mal wieder genascht. Du musst halt gleich schön gut spielen und nicht zu sehr rushen. Das bin ich. Das bin ich auf der After-Party-Chat mit nem Bierfass. Waaah. Wir müssen gleich richtig schön, ähm, so ein Sturmgewehr-Reichweite machen. Da sind Sebo und ich OP und dann gehen wir jeden Fight. Erst Lob machen, dann reinspringen. Versteht ihr? Knacken, dann spreize ich auch heute Abend für eine andere Frau die Backen. Ihr könnt hier Pilze nehmen, wenn ihr wollt, ne? So Tomatolix-Style. Wie hast du ihn genannt? Tomatolix? Tomatolix. Tomatolix. So Tomatotown. Magst du? Sieht ein bisschen aus wie Ding. Sieht aus wie jeder, der in Glanz hat und einen Bart. Ich wollte eigentlich sagen, wie Jumbo Schreiner. Sieht aus wie Stromberg. Nein, Jumbo Schreiner. Und bald wird Max Schnitzel testen. Der geile Deo. Oh, heute haben wir hier Trimax dabei. Es ist das XXXXXL Schnitzel in Hamburg. Oh, ist das hier geil, Digga. Halt in die Fresse. Ja, ich bin leider auch hier bei Max. Ich hab die ganze Zeit abgeschlossen, aber ich hab's drüber bis ins Fenster reingeklettert. Keine Ahnung. Ich hab vorhin Hugo so verarscht. Ich hab so gemacht. Also ich hab geklingelt. Dann ist Hugo dran. Hab ich gesagt. Hallo, hier ist der Lieferant. Und dann hat sich Hugo so... Hat er übel Angst bekommen, glaube ich. Hast du sogar deinen Stream gemutet, Max? Ja, ja. Ist ja voll dumm, Chef. Okay, heul doch. Was bedeuten diese Luftballons? Da gibt's Marci. Boah, Chef. Halt die Fresse, ehrlich. Echt. Echt. Und dann sagst du Marcipier in meinen Mund. Und dann sollst du ihm irgendwie einen Blasen. Keiner Ahnung. Ja, das ist ganz komisch. Schon dann, wenn ich da hingehe, will er auf einmal doch nicht. Hey, warte mal. Ihr geht out of zone. Sind die dumm? Naja. Doch, doch. Sie sind dumm. Scheiß drauf, ey. Ich carry das jetzt alleine. Wow, das war echt bad jetzt, dass du in der Zone bist. Für den Lama. Ja, der Typ ist dumm. Der Typ spielt ja nicht dumm. Zwei Biggies und... Da läuft einer vorne. Ich brauche euch vorne auf dem Deck da. Da gehe ich jetzt hoch. Oh, hier liebe ich's auch. Ich liebe's hier. Gehe ich doch nicht hoch? Ich komme jetzt quasi vom Tod. Das ist doch scheiße, weil ihr unbedingt klar in der Zone sein wolltet. Alter, wir haben jetzt hier auf 8. Ich hab ihn gefickt. Ich hab ihn gefickt. Oder weg beim Pennen, Freunde. Wir brauchen euch. Wer ist, wer ist, wer ist das? Ich bin immer noch der Allerbeste in diesem Spiel. What? Ich hab hier einfach meine Stadt, in der ich lebe. Heiß ich maul. Ich bin doch tot. Ich helfe dir, Schiff Strobel. No chance. Er fällt irgendwie weg. Das ist echt so hohl. Genau wie die zwei Folgen die wir da haben. Bruder, ich hab ihn gesmoked, aber... Nehmst du noch? Ja. Ich wusste nicht, dass ich das kann. Ich hab ihn gespiegelt, ich hab's immer noch drauf. Hab ihn. Das ist gut, dass du da machst. Ja, ich weiß es kann. What? Wir brauchen euch jetzt mal, Freunde. Also, bitte. Bitte, Chat. Ja, Schrumbel, ich weiß, dass du gut bist. Was? Das hab ich nicht mal in meiner Prime gemacht, was ich mit ihm gemacht hab. Ich hab fünf Jahre dich gehasst mit dir. Ich liebe dich, aber ich hab's immer gehasst mit dir, Fortnite zu spielen. Weil wir nie zusammen waren. Aber ich hab die doch jetzt aufgeräumt für dich. Ich hab doch Romatra geholfen und hab die aufgeräumt. Es geht ja so neben mir, bis wir zusammen auf die Gegner schießen, Schrumbel. Ey, da oben. Da oben. Ey, die holen sich den Airdrop, Jungs. Ich warte vorne. Schrumbel, bitte, bitte. Bitte kommt zu mir. Bitte einmal. Einmal, Schrumbel. Ich warte doch hier auf euch. Links unten, am Berg ist einer. Der geht auch grad hoch. Siehst du den? Hast den Beam? Ja, Beam ist halt schwierig mit den Scheißwaffen, ne? Die Riften. Wir können da hoch. Boah, die Scar ist geil. Haben wir noch einen Big Pot? Oh, mein Gott. Wer muss gegenseitig? Was für ein cooler Clip. Jetzt rein. Jetzt rein, Schrumbel. 2-1 down. Dann gehst du dich weg sofort ab. Habt ihr einen? Ja, hast du meinen, den ich genockt hab? Da hinten auf dem Feld? Von mir. Das ist krank. Ist down. Doktor DNA. 1-1 A. Mein Gott. Ey, es ist der letzte. Oh, 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 stopp. Ne, es ist der vorletzte. Nein, es ist der vorletzte. Oh mein Gott. Trickshots, trickshots. Holt eure Jagdgewehr raus. Ich hab kein Jagdgewehr. War auch nicht der letzte. Hab ich ihn be... Jetzt. Du hast ihn geholt. Ey, mach mal wirklich. Ey, stopp. Hört mal ganz kurz. Hört mal zu. Hört mal zu. Hört mal zu. Hört mal zu. Habe ihn gefunden. Ich werde ihn no-scopen. Ist das erlaubt? Hör mal auf. Mach mal bitte nicht den. Mann, warum? Das ist seit 500 Jahren das gleiche. Es ist der letzte. Und wir können einen coolen Trickshot machen. Seit 8 Jahren gelingt es. Alle Gehre die letzten Kill machen. Bereit machen. Ich hab 10 Kills, wollte ich kurz sagen.